Das merkt man doch. Rechtsradikale können spalten, sie können hassen, sie können an den Hass appellieren. Und wenn Sie dann selber einmal angesprochen werden, dann reagieren Sie genauso, weil Sie wissen, dass es stimmt. Schauen Sie in den Spiegel, dann sehen Sie, was diese Republik in den 20ern und 30ern das Elend geführt hat. Applaus Gleichzeitig ist es so, dass die AfD in diesem Land die Partei ist, die sich hier hinstellt, und das kann man ja beobachten, 40 Milliarden mehr für die Verteidigung ausgeben will, aber nichts für die Rentner. Man kennt das von Rechtsradikalen, kann man keine Lösung erwarten. Und wenn Sie dann jetzt auch noch gehen, kann man Ihnen nur einen Spruch zurufen. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Kass, reichen Sie weiter. Man merkt doch, dass es im Bundestag auch wieder sachlich zugehen kann, immer dann, wenn die AfD weg ist. Kommen wir also nun zu diesem Haushalt. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn wir eine solche Aggressivität hier in dieses Hohe Haus bringen. Das wird für die Beratungen in der Zukunft nicht zuträglich sein. Ich möchte Sie wirklich bitten, sich zu mäßigen, auch in der Zukunft. Das ist nicht in Ordnung. Herr Präsident, ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich es für befremdlich halte, wenn Sie dem Kollegen Kahrs sagen, er bringe Aggressivität in dieses Haus. Und ich von Ihnen eine solche Äußerung im Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen der AfD, nein, ich will lieber sagen, zu Abgeordneten der AfD, noch nie gehört habe. Dieser Haushaltsplan, meine Damen und Herren, atmet zumindest zumeist den linken Zeitgeist, er huldigt dem kulturmarxistischen Zeitgeist der 68er und ihrer Apologeten. Überall schlägt es uns entgegen, es geht so gut wie immer um Umbau unserer Gesellschaft, um die Durchsetzung einer vermeintlich bunten Multikulti-Diversitäts-Integrations-Phantasma- und Gender-Gaga-Vielfaltsideologie. Mir fällt bei diesem ganzen Ansatz nur ein Zitat von Gottfried Benn ein. Und der sagt, das wird ihm zugeschrieben, das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, es geht auch nicht an seiner geistigen Armut zugrunde, sondern es geht zugrunde an dem hündischen Griechen, seine Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.